Okay, all der Krankenhaus wird auf der Weltkarte hinzugefügt. Also jetzt schon wieder. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid, es ist meine Schuld, dass du dich daran erinnert hast, was passiert ist, was in Lokoshock geschehen ist. Du brauchst dich nicht entschuldigen. Du hast einfach nur geantwortet, als du gefragt wurdest. Es stört mich nicht, also ist alles in Ordnung. Warte, eins noch. Oh, nur drei Punkte. Ich dachte, ich hätte schon mehr. Ich traine jeden Tag, also ich bin bereit, um zu den Frontlinen zu gehen, wenn ich es braucht bin. Und? Hä, was soll denn das jetzt sein? Was will der mir damit sagen? Altes AAS Krankenhaus. Alte Station. Jetzt kann man dann wahrscheinlich so in klein seine Teleportationsdinger einsetzen. Alter, das ist kein Krankenhaus, das ist ne Irrnanstalt, Junge. Also, das ist der alten OSF-Hospital. Ich war sehr jung, als ich hier bin, also ich mich nicht mehr daran erinnert. Ich habe das, was er, was er, was er, was er. Da war nichts von Lokoshock. Was sind die anderen nur nach der Menschheit? Was er, was er, was er, was er? Was er, was er, was er? nicht wissen. Genau. Entschuldigung. Ich glaube, dass es noch gerade benutzt wird. Deswegen glaube ich, dass Nagi hier genommen wurde. Warum glaubst du, dass eine alte Stadt immer noch benutzt wird? Na einmal, wenn du in der OSF-Leaderschaft bist, beginnst zu lernen, all sorts von Informationen. Ich habe gehört, dass der alten Hospital ein paar Mal verwendet wurde. Ist er etwas schützt? Zugumi, der Bus mit Nagi ging unter dieser Facilität, richtig? Ja, aber... Es gibt viele Bereiche, die ich nicht in der Mitte sehe. Das Ort ist gefährlich. Ich kann nicht den Daten dieser Ort. Ich werde dir nicht viel Unterstützung geben. Schau auf den Ort. Schau auf. Okay, alle. Bleib auf deinen Beinen. Oh, Nagi. Es ist so viel, was ich dir zu fragen möchte. Es sieht aus, dass es eine Ressource näher gibt. Meine Kraft ist schwierig zu benutzen, aber es ist sinnvoll. Teleportation ist oben. Hässig. Cyclo-Krinese. Äh... Öffnei das Anliegen. Öffnei das Anliegen. Ähm... Okay...? Das war jetzt irgendwie strange. Oder waren das die alten Anlagen? Das kann natürlich sein, ne? Also die alten Methoden, um... Wow! Äh, hallo? Alter, der schmeißt Sachen. Verdammt! Mehr! Ich muss mehr trainieren. Und das nächste... Oh, Nummer 1! Wow! Ah, 24! Ja, ich auch nicht. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich meine Energie wieder kriege. In diesem Krankenhaus. Ich bin mehr Angst, dass Geschäfte aussehen, als andere. Glaubst du... in Geschäfte? Hast du... einen gesehen? Nein, ich habe nicht. Aber wenn sie existieren, dann wären sie hier. Oh, wenn ich einen Geschäfte sehe, dann werde ich dich wissen. Was ist eigentlich wirklich sowas? Von, die Dinger sind ja überall. Hä? Ah, Teleportation! Durch Line von Teleportation werden Schritte mit B zur Teleportation. Einsatz zum Nachkauf gefährlich Gegner schnell anzugreifen, wo du dich in sichere Entfernung zurückziehst. Wenn du in Reichweite des Gegners und den Waffenrang-Angriff-X ausführst, dann würdest du dich neben ihm einen Schlagnangriff aufzunehmen, und dann kannst du... du kannst dazu durch Wände gehen, die an Luca stärkst kommen, weitere Effekte hinzu. Die halten ja vor allem nix aus, ey. Die halten ja vor allem nix aus, ey. Oh, da ist noch was zu halten. Bist'n du? Defensive Gegner-Teleportation. Einige, äh, andere nehmen eine defensive Haltung an, wenn man sich ihnen nähert. Sie erleiden diese Schutzeile und keinen Schaden. Du kannst dich auch teleportieren, um hinzukommen. Achso, ich hab's schon. Schön auseinanderreißen. Penner. Ich weiß. Äh, kam jetzt da her oder da hinten? Ne, wir mussten uns durchporten, also da kann man schon mal nix her. Warte mal. Ich dachte, ich kann da auch durch. Ah, das hat mich angefangen. Wow. Was da? Kannst du meine Kraft? Stark. Ich will gleich ausschalten, damit wir es nicht verbrauchen. Wollten wir es nicht brauchen. Okay, da passiert jetzt irgendwas? Oder auch? Ähm. Okay. Warum sind denn diese Viecher da? Oder halt die Babys? Hm. Interessant. Hallo? Hörnachrichten. Glückwunsch-Platoon 1, Commander. Äh, als Commander bekommst du viel mehr Autorität. Das bedeutet auch viel mehr Verantwortung. Du musst in deinem Handlung ein Berachter sein. Da geht auch allen, was passiert. Jetzt beruhigt es mich zu sehen, dass du selbstbewusst bist. Übertreib es nur nicht. Ich gebe mir als Umaragi und nachkommen, wie unser Vater ist unser Bestes. Eine Antwort ist nicht nötig. Äh, ach, das ist das, was ich jetzt immer bekommen habe, oder was? Kommunikation ist verboten, aber diese Nachricht ist notwendig. Ich weiß das. Ist abrupt, aber ich habe die ARS verlassen. Es war der Suho-Vorfall. Es hat mein Schicksal verändert. In all der Aufregung habe ich mich am Rücken verletzt. Ich kann stehen. Du musst dir also keine Sorgen machen. Jetzt bin ich nicht weiter als ein normaler Bürger ohne Beziehungen zur ARS. Aber der Protokollant in mir fragt sich, ob ich jetzt aufhören soll zu archivieren. Für Protokollanten ist es untypisch, eine Arbeit unverändert liegen zu lassen. Also habe ich eine Entscheidung gefällt. Als einfacher ziviler Protokollant werde ich euch weiterhin verfolgen und das Archiv beobachten. Das heißt, ich werde weiter archivieren. Das ist in den Nachrichten nur so viel. Ich mache das nicht als Hobby. Definitiv nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, was der eigentlich von mir will. Die mittlerische Lena, endlich! Oh, ich habe fünf davon. Gleich nochmal fünf kaufen. Neue Waffe gibt es nicht. Alter, Gesundheitsschub MK3. Kraftverbesser in MK3. Ja, passt schon. Alter! Naja nix machen nix machen gleich kommt wieder was Naja der hält eh nicht viel aus Ich hab mit dem anderen mehr Energie abgezogen als sonst was Was? Nagi ist weg Was ist los, Sugumi? Ich bin entschuldige, es sieht aus wie Nagi hier war Lass uns schauen Ah wirklich, da kann ich nicht durch Das ist nämlich veraltern So da und da Was ist das da? Einfach nur so'n Tisch Ich fühle mich, dass wir zusammen zusammen arbeiten Okay So warte mal Da gehts rein Ich brauche deine Hilfe Ich brauche deine Hilfe Irgendwas C und B und Y Aber Gegner bekommen wir dafür hier, oder? Ja genau, das mein ich doch Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum überhaupt das Kanonfoto rausschicken? Oh Ich weiß, ich kriege mir EP, wenn ich auf die drauf haue Ich brauche deinen Hilfe Ich brauche deine Hilfe Jemand ist in Träubel Be trains Ich brauche deine Hilfe Ehen So jetzt aber Ich schwöre es immer noch, dass ich das so einsetzen kann Ah, ich kann ein Ding einsetzen Dieses Brainding Ja, bloß nicht viel Weil der Antrieb geht schon ziemlich langsam runter Ey, oder schon schön langsam runter Aber trotzdem, bis ich beim nächsten Kampf bin, ist die Hälfte weg Ich finde sowas doof, dass man das nicht einsetzen kann, wenn man Lust hat Das macht nicht Sinn, warum gibt es andere drin? Die größte Grund, dass andere hier sind, ist für Essen Sie wollen unsere Gehirn Es sieht nicht, dass es viele Menschen gibt, um sie zu essen Hast du etwas von diesem Ort von deinem Vater gehört? Nein, nicht wirklich Und ich sehe ihn nur an New Year, also... Da ist er! Nagi! Nagi! Nagi, warte! Du bist sicher! Yui-Tel Wir haben uns über dich beschäftigt, aber dein Name war auf der Liste verletzenden Person Plus, ich wollte dich fragen, was passiert Ich bin... Entschuldigung Nagi, was hast du das tun tun? Wie soll ich wissen? Huh? Es fühlt sich, dass mein Gehirn plötzlich plötzlich schlief, und meine Kopf ist alles verletzt Es wird nicht verletzt, es wird nicht verletzt, es wird nicht verletzt Es wird nicht verletzt, es wird nicht verletzt, wie ich Geh! Du kannst hier nicht bleiben! Was? Was hat sich in... Wenn du hier bleiben, dann wird dir, dass du einfach wie ich verletzt, So, das ist, was passiert Die rumöse waren wahr Rehabilitation? Nagi? Was ist das? An alarm? Mehr anderen! Sie müssen uns beobachten, ich werde das tun tun Geh! Geh! Nein, ich werde auch kämpfen! Ich habe gesagt, nein! Es gibt keine Ahnung, wenn ich mich schlief und versuchen, zu töten Sie wieder zu töten Wie mit Captain Seto Ich kann das nicht passieren Ich kann das nicht passieren Ich versuchte dich, weg von hier! Dann, zumindest kommen wir mit uns Ich kann das nicht Ich habe gerade gesagt, ich kann schlief und schlief auf jeden Fall Ich werde meine eigenen Weg raus Ihr seid, gehen Sie weiter Ich werde dich auf jeden Fall Ich werde dich verletzt, wenn sie dich verletzt werden Oder, dass sie das nicht verletzt werden Und dann, wenn sie dich auf einen anderen Was wirst du sagen? Aber das ist... Yuito, ich bin sorry. Luca, warum... Du warst panisch. Es ist besser, dass Nagi gesagt hat, und sofort wegzunehmen. Aber du glaubst nicht, dass sie Menschen in andere werden? Wir können später sprechen. Wir müssen uns wiederholen. Das ist der einzige Ort, in dem ich eine sicherste Teleporting-Zone versuche. Wir haben keine Wahl, aber zu gehen von hier. Sie müssen bereits wissen, dass wir zu viel wissen. Es wäre besser für uns zu gehen. Ich weiß, dass das nicht was du willst, Yuito. Normalerweise würde ich deine Anrufe folgen, denn du bist der Leiter. Aber dieses Ort ist viel mehr gefährlich, als wir uns gedacht haben. Bitte lasse mich, was ich kann, um unseren Weg zu priorisieren. Okay. Also ich check mittlerweile nicht, wer der Böse ist und wer nicht. Alter, aber warte mal, wie wir warten da? Ach, die werden angezeigt, das sind die, die uns wahrscheinlich auf den Senkel gehen. Ich brauche dich, Gemma. Ich brauche dich, Gemma. Use das. Nein, ich brauche das nicht. Alter. Okay. Ähm. Ist hier irgendwas? Da. Es heißt Auffüllungstränke. Fordert sich der andere eigentlich ständig mit? Geh, Yuito. Geh, Yuito. Scheinbar. Achso, der hat uns da durchgeportet. Auf der anderen Seite sind die Gegner, und wir können das nur nach unten. Es ist zu gefährlich, zurück zu gehen. Es ist vielleicht kruel, aber wir sollten unseren Weg zu priorisieren. Äh. Ja, ich muss speichern. Ich habe keine Lust, dass nochmal so ein Mist wie mit der Kasane passiert. Vor allem haben wir die ja ständig fast nicht besiegen können. Was? Holy shit. Damage zum Outer Shell confirmiert. Keep going and break it. Es ist nach. Gib alles, was du hast. Fini, Yuito. Ah, ich brauche ihn weg. Das ist großartig. Das ist großartig. Ist das gut genug? Und LT. Ich sprieße. Ich sprieße. Niemand sagt, ich sprieße. Niemand. Jetzt los. Ich kann trotzdem kämpfen. Okay, das war hier schon dann. Da ist so ein Baki-Ding. Ein bisschen Hilfe, Luca! Äh... Hallo? Äh, das Ding hält echt viel aus, Mann. Was? 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 Und da unten. Und B. Zack, 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 zack. No chance. It's down. Give it everything you've got. Here we go. Come on. Where are you? Watch the enemy. Found you. Da. 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 Wurde. Da. 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 Manchmal ist die Kamera doch echt blöd. Und raus mit dir. Warte mal, ist das in seinem Hintern? Scheinbar echt ey. Wir haben es geschafft! Der Schwanz dazu benutzt hat. Slippy-Ginary-Analyse. Lauft noch gar nicht richtig, oder? Doch scheinbar laufen wir wirklich richtig. Hä? Mittleres GD kann nicht getragen werden. Okay, egal. Warum sind diese Fernseher eigentlich alle an? Ja komm, überspringen wir das gleich wieder. Ey, oder überschreiben wir das gleich wieder. Alter. Hier ist etwas. Und denkst du, es sind andere? Was? Alter. Äh. Ist das die Leichenhalle? Oh shit. Ein riesiger Raum. Ist gleich Bosskampfraum. Oh shit. Oh shit. Ist das die Leichenhalle? Ist das die Leichenhalle? Das die Leichenhalle? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Gar kein Fischer Alter Hör Hääh Hääh Wollen kann ich laufen? Achso wegen dem Öl Äh was zur Hölle Alter Ah jetzt hat Ah komm schon Er wird jetzt bestimmt jetzt der Tod Ja, along with what happened with Nagi, this isn't simply an abandoned hospital Und runne damit Selbst mit ein bisschen kann ich das dann machen, ne? Sehr gut und weg mit dir Sehr gut und weg mit dir Warte, was, der lebt? Hey, hey 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 Hey, hey 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 Hey, 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 hey, hey Hey, 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 hey Du bist alle beschädigt unter der Begegnung, dass ich dich monitoriere. Aber Nagi wurde von der Regierung geholfen, bevor ich ihn helfen konnte. Entschuldigung, wenn ich nur die Informationen konnte. Was bedeutet Naomi, dass sie eine Metamorphose ist? Ich dachte, dass sie in der Aktion getötet hat. Ich verstehe. Naomi nicht in der Aktion getötet hat, sie in eine andere. Sie sagen wirklich, dass sie in eine andere? Nagi sagte etwas ähnliches, aber ist das überhaupt möglich? Das ist ein Teil von Nuhimuka's Forschung, auch. Ein speziell Material kann die Organismen in die andere. Ein Organismus mit einem Gehirn kann sich in eine andere. Wait. Das bedeutet, dass es die Regierung die Naomi in eine andere verletzte? Ja. Ich würde gerne sitzen hier und erzählen Ihnen alles. Aber bleiben in der Stadt ist gefährlich. Wahrscheinlich, die Regierung hat bereits gefordert, um sie zu stellen. Ich möchte, dass Sie alle rausgehen. Ich mache das, was ich kann, um alles auszuhalten, während Sie sind. Ich weiß nicht, dass Sie nicht auf die Rehabilitation haben, während Sie alles wissen. Es scheint, dass Luka auch wusste. Genau. Das ist das, Luka wollte er zufrieden, statt zu sprechen mit Nagi. Es ist einfach. Ich bin einer der Regierung. Luka sollte das von Karin hören. Wenn du dich interessiert, fragst ihn. Ja, wir sollten auf die Patrol gehen. Ich erzähle dir, was mein Bruder mir gesagt hat. Ich schaue mich an den Weg. Yuito, kannst du uns bitte, wo wir gehen? Okay, wir gehen nach Kikuchiba. Ja, aber die konnte doch nicht weit voraussehen. Ne, warte, die hatten ja nicht in eine Omi verwandeln wollen, sie wollten die Kasane verwandeln. Aber warum wollten sie die Kasane verwandeln? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Was geht mit dir? Geht es in ein Ablöse-Team, das verwunderte Soldaten behandelt, aber mit anderen... Oh, vor allem die Lami. Ich weiß, dass Mitglieder also dich nicht so fühlen, aber... Tut mir leid, aber würdest du dich um andere in der Menschengestalt kümmern? Schnell bitte, ich will sie ausdünnen. Okay. Fast wie ein Mensch. Okay, also warte, ich kann noch das. Geschichte, Mission. Beide, das Kumpel Lami. Ja, den muss ich jetzt erst killen. Ja. Da ist nochmal eine, oder? Der hat auch irgendwas. Als es von der ARS mit alten Explosionen anfängt, wurde ich schwer verletzt. So ein Niedennagel an meinem Zeigefinger, dafür seid ihr verantwortlich. Er ist hier erledigend, du musst mir aber beweisen, dass es dir ernst ist. Gib mir etwas Erholungsgel. Und jetzt los. Problem mit Verantwortung. Erholungsgel. Du kannst die Mission als abgeschlossen melden. Er liefere ein Max-Gelee. Was? Ach, ja gut. Hey du, ich weiß, dass du das Erholungsgel der ARS und Anti-Aging-Mittel enthält, und dass normale Menschen das nicht essen sollen. Gezwungen eines zu essen, also noch habe ich nichts nicht gegessen. Alles in Ordnung. Mein Niedennagel geht es jedenfalls besser. Hä? Warte, was? Erst will er es und dann... Oh, komm mal ins Maul. Einer, der Mistkerl. Na gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich mache jetzt mal für heute Schluss. Einer, der Typ macht mich fertig. Der wirkt ein bisschen so wie dieser Händler aus Resident Evil. Moitabai! Ähm, okay, das war schlecht. Genau. Ich höre jetzt für jetzt auf. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, nachdem wir ganz kurz in den Laden geschaut haben. Nein, gibt keine neue Waffe. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Scarlet Nexus. Macht's gut und Servus! Ich hoffe, es muss mich glauben. Ich örege mich hier! Ich mache mich aus.